Hallo Leute, herzlich willkommen zu Bendy and the Secrets of the Machine. Wie heißt das Spiel? Hallo und herzlich willkommen zu Bendy, Secrets of the Machine. Ist for free, war nicht angekündigt, irgendwo, soweit ich weiß. Ich habe nichts davon mitbekommen. Ich weiß absolut gar nichts. Okay, gehen wir rein. Was ist das? Shit, jetzt habe ich an den Rand geguckt, aber da stand doch gerade noch jemand. Escape your cage. Wie mach... Oh Gott, dort... Was zur Hölle ist hier los? Was soll ich damit? Ui. Ja, aber was soll ich tun mit dem? Was mache ich damit? Also ich kann mich nicht ducken, ich kann nicht springen, ich kann nur moven. Ach, ich soll wahrscheinlich einfach zu... Ja. Da ist Alice Angel, Bendy, Boris, wer ist er? Das ist einfach ein Mystery Gift. War das das ein Rätsel? Was muss ich hier tun? Wait, no, 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 no. Ich hatte irgendwas richtig. Ich glaube, Alice muss noch böse werden. Ich bin da was auf der Spur. Beans? Also ich muss das mit den Dosen abwerfen auf jeden Fall. This is evil. Bendy, the Silent City. Okay, bringt mir das jetzt irgendwas? Gibt es noch was, wenn ich die drehe? Ja. Was sehe ich da? Was ist, wenn wir die jetzt noch twisted machen? Bendy 3. What? Also hier geht es ja nicht weiter. Again. Again. Ich... What the fuck? Man kann hier die Lichter ausschießen. Oh mein Gott. Kann ich hier Musik abspielen? Ein Stift. Okay, neuer Raum, neues Glück. Aber ich habe hier was gemalt gerade, oder? Was? Was passiert hier? Ey, ich habe Gänsehaut des Todes. Sieht man das? Das war ein Autounfall. Oh. Ja gut. Scheiße. Jetzt verfolgt mich die Schule schon hierher. Riley. Wer ist Riley? Was soll ich eigentlich tun? Kann ich da vorne durch? Ich höre was. Was jetzt? Ah, da ist noch ein Bild. Ah, hier drauf wahrscheinlich. Was sehe ich da drauf? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so ein fucking realer Sound gewesen gerade. Ich dachte, es glaubt wirklich jemand an meiner Tür. Digga, dieses Game. Ich habe einen Brief bekommen. Hallo. Wir haben deine Zeichnungen bekommen und sind sehr beeindruckt mit deinen Fähigkeiten. Also wir freuen uns darauf, dich willkommen zu heißen bei Joey Drew Studios. Sincerely Joey Drew. Ich kann das Bild wieder mitnehmen. Oh mein Gott, da vorne hat sich die Tür zu Joey Drew. Da kann ich jetzt das reinpacken. Ich kann das überall hinmalen, glaube ich. Was? Oh mein Gott. Office von Joey Drew. Atlas, wieder ein Brief. Sorry, sorry, habe ich nicht gesehen. Mit Wirkung zum heutigen Tag werden sie aus allen Beschäftigungsverhältnissen bei Joey Drew Studios entlassen. Der Grund dafür sind die eingegangenen Beschwerden über die düsteren, verstörenden Themen ihrer Arbeit. Sie ist gefeuert worden, I guess. Ich gehe mal von aus, weil sie solche Sachen gezeichnet hat? Geht mit dem Tisch hier ab. Oh, das war ein Taxi. Das wollte ich eigentlich sagen, wie diesem Taxi-Schild oben drüber. Das hat sie ja auch gezeichnet. Es war ein Taxi. Ah! What? What? Yo! Wait, 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 wait! Wait, da ist einfach ein Stuhl. Das sollte passieren. Escape your cage. Home sweet home. What the fuck, what the fuck? Wer bist du denn, Digga? Wer bist du? Fresh Hot Popcorn. By Chef Buck. Äh, und jetzt? Schnauze. Jim, sag ich hierher? Das ist nochmal so eine Hand. Was mache ich aber hier drin? Bro! What? Bam! Reject, Submit. Steht da, glaube ich. Was mache ich mit der Information jetzt? What the fuck? Wo kommt dieses Poster jetzt her? Neue Dose, bitte. We heard, ähm, Alice say. Ich soll jetzt jeden scheiß Pappaufsteller umlegen. Verwirrt, welchen habe ich denn jetzt noch nicht umgelegt? Dich habe ich, glaube ich, nicht umgelegt. What the fuck? Ne, jetzt chillt er hier. Back inside, I guess. Hat das hier irgendwas zu bedeuten, weil das macht nicht fertig? Jetzt machen wir Benni aber weg. Bam. Also passiert doch noch was. Kann ich abwerfen? What the fuck? Da ist einfach eine Bandy Cartridge. What the fuck? Nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Die Box geht auf. Ne. What the f... Das Game hat sich geschlossen Okay, Leute Aber ich würde die Aufnahmen, wie gesagt, dafür erstmal stehen lassen Es gibt scheinbar kein richtiges Ending Ist ein sehr geiles Game Danke fürs Zuschauen Like doch gerne das Video Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr schon dabei seid Es kommt noch ein bisschen was zu Bending Ink Machine Abonniert doch gerne den Kanal, damit ihr das nicht verpasst Bis dann und tschau Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!